Hallo, ich bin Grecia. Ich bin in Playa del Carmen in diesem Moment. Meine Frage ist, wie kann ich eine Harmonie und Respekt mit meiner Freundin sein? Danke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wir werden gefragt, wie es zu einer harmonischen und liebevollen, glücklichen, sogar romantischen Beziehungen kommen kann. Zuerst einmal müssen wir wissen, dass Glück und Romantik und Harmonie nicht zu diesem Werk gehören. Nein, sie gehören, sie sind Schätze der göttlichen Schatztruhe und sie gehören ins Paradies. Alles Glück dieser Welt, alles Harmonie in dieser Welt und alles Romantik in dieser Welt. Und wenn es welche geben sollte, das sind nur wie Regentröpfchen des Glücks oder der Harmonie oder der Romantik aus den Wolken des Paradieses. Also wir müssen dementsprechend verlangen, wie wir zu dieser Romantik oder Harmonie oder Glückseligkeit innerhalb unserer ehrlichen Beziehung kommen können oder erlangen können. Man muss damit anfangen, dass es erstmal eine Beziehung, wenn man eine Beziehung eingeht, dass es gesegnet ist. So wie in einer Firma der Chef alles Arbeit seine Mitarbeiter absegnen soll. Ohne seine Segen, ohne seine Absegnung kann in einer Firma nichts laufen. Wenn du einen Vorschlag hast, wenn du etwas vorhast oder wenn du etwas getan hast, das muss von dem Chef korrigiert werden oder abgesegnet sein. So ist es, dass der Mensch in dieser Welt nicht herrenlos ist. Der Herr sagt im heiligen letzten Testament, dem Koran, denkt ihr wirklich, ihr seid ohne einen Herrn? Allein das zeigt, dass wir einen Herrn haben, der uns zuschaut und der wissen will, ob ihr sein Segen haben wollen oder nicht. Für alles, was wir bekommen wollen oder für alles, was wir schon haben. Wenn wir eine gute Beziehung haben wollen, in einer guten Beziehung leben wollen, dann muss es auch legal sein, nicht egal. Es muss gesegnet sein, wenn nicht bürokratisch und offiziell, und wir empfehlen niemanden, bürokratisch oder offiziell zu heiraten, aber mindestens, dass man spirituelle Ehe eingeht, bevor man mit dem Partner, Lebenspartner, ins Bett gegangen ist. Man muss das rein, die Beziehung muss rein anfangen und rein bleiben. Und darum muss es abgesegnet sein vom Schöpfer, der uns, der den Mann und die Frau erschaffen hat und zusammengebracht hat. Wir müssen wenigstens einen spirituellen Menschen finden, der eine Beziehung zu Gott hat und in seinem Namen handeln kann und sogar segnen kann. Zu so einem sollten wir finden, in einer Synagoge oder in einem Gottestempel oder in einer Moschee oder Kirche, dass wir dorthin gehen und himmlisch und spirituell, dass wir uns trauen lassen. Offiziell Papierkram, Bürokram, bürokratische Sache, das interessiert uns nicht. Das ist nicht wichtig. Nicht der Segen der Bürokratie kann uns Glück bringen. Nein, der Segen des Himmels, wenn wir nach himmlischem Glück, himmlischer Harmonie, himmlischer Romantik verlangen, dann müssen wir auch himmlische Sphären, himmlische Quellen, himmlische Autoritäten fragen und ihren Segen uns wünschen. Wenn wir das gemacht haben, dann fängt eine reine Beziehung an. Und dann müssen wir weiterhin aufpassen. Das Wichtigste kommt, im Alltag kann alles passieren. Stress kann alles verursachen. Streitigkeiten, Feindseligkeiten oder sogar Trennung. Um das zu vermeiden, muss man aufpassen. Denn alle Streitigkeit fängt an mit Feuer, mit einem Funke Feuer. Der eine fängt an, den anderen anzuschreien. So, das ist ein Zeichen des Feuers. Was soll man da tun und wie sollte man damit umgehen, wenn man Beziehung aufrecht halten möchte und die Harmonie und das Glück des Ehelebens oder Zusammenlebens. Wenn der eine Feuer ist, muss der andere versuchen, Wasser zu sein. Und dann nicht daraufhin schauen, ob das Recht ist oder Unrecht ist, was der andere mit ihm tut. Nein, der Klügere gibt nach und muss handeln. Das Haus brennt. Was muss man da machen? Noch mehr Feuer reintun? Nein. Oder Benzin? Um Gottes Willen. Man muss Wasser sein. Und die Feuerwehr kommt mit Wasser und löscht das Feuer. Feuer wird nicht mit Feuer gelöscht. Wenn Feuer, Benzin reinkommt, wenn der eine Feuer ist, also ist der andere Benzin, dann kommt es zu einer Explosion. Deshalb, das ist das einfache, simple Beispiel und eine sehr einfache, simple Empfehlung, was aber Leben retten kann, Eheleben retten kann und Beziehung retten kann. So einfach, aber vielleicht auch so schwer zu tun, zu verwirklichen. Gerade in einem Moment, wo der eine Feuer ist und der andere ist dabei Feuer zu fangen und Benzin zu werden. Pass auf! Der Klügere, mögest du sein, der mit Wasser kommt als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau und das Feuer löschen versucht. Wenn das einer der Partner versucht, dann wird diese Ehe weiterhin am Leben bleiben und das Haus wird kein Feuer fangen. Seid gesegnet! So einfach. Vielen Dank.